Hi und herzlich willkommen hier zur Diamond Lounge. Schön, dass du dabei bist. Hier erwarten dich ganz, ganz tolle Inputs von tollen Leuten, mit denen du vielleicht sonst nicht so in Kontakt kommen würdest. Aber genau die haben ja auch mal da angefangen, wo du jetzt vielleicht stehst. Also schau dir mal an, was die alles Tolles zu sagen haben, was sie vielleicht verraten, damit du auch in die Sichtbarkeit kommen kannst und vielleicht es dir ein bisschen leichter macht, als die anderen, die mit ihrem Weg unterwegs waren. Und ich bin dabei mit dem Thema, je besser du dich kennst, desto leichter fällt es dir auf, in die Sichtbarkeit zu kommen.